So, wir spielen heute ein Spiel. Genießt die Zeit, Varian. Hey Junge. Die Kamera ist so flach. Ja, warte. Tschüss. Muss ich das so hören? Mein Name ist Steven Skrebski und ich mache heute Mehlplätzchen. So, go. Ich habe mal gehockt. Ich dachte, es dauert hier 30 Minuten. Dachten wir auch. Vor allem besinnliche Tage mit der Familie, genießt die Zeit, kommt gut runter. Dekoriert und verziert die Plätze nach Lust und Laune. Haben wir Lust und Laune? Ich wünsche euch frohe Weihnachten und eine Bindesinnliche. Kann man es eigentlich essen? Soll ich mal probieren? Es wäre bitter, wenn man es nicht essen kann. Das wäre echt so besonderes. Eine Blombe ist raus. Ich hoffe, ihr genießt die Tage. Kommt gut runter. Er war schon drin. Hey, liebe Holstein-Familie. Ich wünsche allen nochmal. Regie. Kamera. Action. Ich wünsche euch allen eine Wunder... Was soll ich denn sagen? Ja, wenn der da sitzt. Kati, fangen. Und habt eure Wünsche, die ihr euch vorher gewünscht habt. Das ist das für die Now-Takes, ne? Warte. Ja, alles klar. Action. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder im Stadion. Und ich freue mich drauf. Hoffentlich bin ich dann auch mal wieder fit. Nee, den muss ich weglassen. Ey, ich werde mich so schämen für das Video im Nachhinein. Ich auch. Hallo, liebe Holstein-Fans. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Äh, hoffentlich. Nee, warte. Ich bin schon wieder im Hochdeutschen. Den meisten Weihnachtsschmuck zu Hause hat... Meine Mama. Aus der Mannschaft. Okay. Okay. Den ersten Neujahrskurs bekommt... Was sind das denn für schwere Fragen, die ihr hier stellt? Meine Freundin. Oder ist Team wieder. Alles klar. Den verrücktesten Neujahrskurs bekommt... Warte, nochmal. Nochmal. Können Sie bitte die Frage nochmal wiederholen? Den verrücktesten Neujahrskurs bekommt... Stevie. Guck mal, ich bin extra rausgegangen. Nee, du hast mich gerade... Ich war doch... Ich war auch draußen, als ich was hier gemacht habe. Eine besinnliche Zeit, gesund bleiben. Nee, nochmal. Das beste Festeisen gibt es bei... Nee, das ist Weihnachten. Oder? Wir sind unten. Unten die Fragen. Nee, ich bin jetzt richtig. Das ist Silvester. Hast du das nicht gesagt? Echt? Silvester, ja. Also Silvester. Ah, das macht Sinn. Ja, hast du recht. Ja, tut mir leid. Mein Fuhrpaar. Steven Skripsky. Das größte Familienfest feiert. Stopp mal kurz. Das ist tierisch warm auch hier unter meinem Hut. Was denkt der Weihnachtsmann, ey? Wenn der den ganzen Winter so eine Mütze auf hat und immer da zu den kleinen Kindern nach Hause fährt, der muss ja tierisch einen Brummschädel irgendwann haben. Wie soll denn?" Das ist die Frage, für den2000ernicks da und Team. Wir sehen uns über這個 Dorf, wenn der Desde dem nächsten Mal. Vor Dir Holl.